Shanghai 2015. Der Auftakt einer neuen Laureus-Kampagne. Drive for Good. Ich habe mich riesig gefreut, dass Mercedes entschieden hat, das zu machen. Druck ist natürlich jetzt auch auf mir drauf, weil es gibt 100 Euro von Mercedes für Laureus für jeden Kilometer, den ich führe dieses Jahr, ab jetzt. Zuerst finde ich es sehr gut, dass man das Laureus-Zeichen auf dem Auto sieht. Das ist für uns sehr wertvoll. Das war immer unser großer Traum, dass so etwas möglich ist. Das war eine Idee von Mercedes. Und das so zu kombinieren, das finde ich auch gut, dass es dann auch erfolgsbezogen ist. Und wirklich, man da so ein bisschen mitfiebern kann auch dann. Dass jeden Kilometer, wenn ich mal vorne bin, super, jetzt gibt es mehr Geld für Laureus. Und vielleicht auch die Kinder, die zuschauen und die selber von Laureus Unterstützung bekommen. Die können dann zujubeln, also mir zujubeln und sagen, ja super, jetzt gibt es mehr Geld für uns. Drive for Good. Nico Rosberg und die neue Laureus-Kampagne. ... ... ... ... Vielen Dank.